es er hätte ich bin es jetzt passiert und ich spiele heute mal wieder mit dem meiner fb light und das ist folge 2 ja kürzer hallo leute ich bin direkt Höhle wir wollen wir kennen also hohe die S-Motor den Baum da und von mir da das Krieg selber weil er auf Krieg selber schweiß auf Kriegsilber um den holen ich mir später können wir weiter Genau das man dahinter hat so ein schwarzes Loch oder sowas Das ist ein Öldings, warte mal kurz Worauf? Junge So Mal hinfahren hier Nicht rumgekratzt Boah ich will ne Portigang haben Ne Portal Da, da haben wir ok Spaß Nein eine Portalgun Die hab ich nicht mal im Survival gefunden Ach Ich hab ja ne Survival-Selt Ich hab ja ne Survival-Selt Da bin ich so überfordert, komplette Quantum-Gestell Mein Bruder auch, wir haben schon ne Portable holen und alles Jaa Wir haben ja am Anfang des Wochenende gesuchtet, ne? Ja das können wir ja auch immer, dann haben wir auch alles Ich weiß Aber ich hab nicht nur viel Zeit Morgen können wir ja nicht Ja, morgen ist der Geburtstag von Tobi Boom FPS, ne? Von diesem Hurensohn Na aber Das schneid ich aber nicht raus, ne? Hä, ich packe jetzt extra ganz am Anfang, oder? Hä, dann so Morgen ist der Geburtstag von Tobi Boom FPS So, nur und so, ne? Boah, hier ist Schnee, das ist das geil zu dir, Jörg, hier baue ich Niemand ist es Niemand ist es Ich sehe den Namen noch, du verfolgst mich ja, oder? Ja, verfolgt mich Ja, verfolgt mich Ja, wo bis hin, wo bis hin, wo bis hin Was ich nicht Oh, wow Oh, wow Windows Media Player, geh zu Boah, Junge Ja Ich schneid dir immer hinten dran, die Musik Ja, wieso lässt dir jetzt dabei laufen, oder was? Nee, ich schneid dir immer hinten dran Ja, warum hast du ja Windows Media Player gelabert? Ich hab draufgeklickt, oder? Es ist aufgegangen Hä? Okay Ja, einfach so, ne? Nein, ich hab auch schon draufgeklickt Hä? Okay Ja, ich bin bei Slip und nicht mit der Maus erst versehen nach unten, und dann... Ja, ich muss dafür nach oben, Junge Ja, ich muss dafür nach oben, Junge Ach, du siehst meinen Namen nicht mehr Ja Ja, aber ich weiß in welche Richtung du gegangen bist Ja War das schon wieder ein Vulkan Da sind zwei nebeneinander Was soll denn das? Was soll denn das sein? Ja Bist du noch mal durch den Dschungelbium gegangen? Nee Ich glaub die ganze Zeit nach Südost So ungefähr Durch den Schneelbium, ne? Ja So, ja Was soll denn das sein? Oh mein Gott, was wollen wir denn da für ein Thumbnail benutzen bitte? Egal Ich kann schon schlafen? Nein, okay Oh Gott Was ist hier los bitte? Oh Mann, 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 Mann 1,7, ne? Richtig scheiße Was? Nur noch 30 Millionen Blöcke oder 3 Millionen? 30 Millionen Blöcke Was? Ist die Welt groß, dann kommt eine unsichtbare Wand und du kannst dagegen laufen Voll dumm Ah, jetzt ist ich den Vokal auch, ich bin da drüber gelaufen Lass mal pennen gehen Lass mal pennen gehen Neu ist das ein Epic-Bergebium hier im Wasser Lass mal pennen gehen Lass mal pennen gehen So, und jetzt gehe ich pennen So, weiter Oh, oh, ich hab vielleicht gar nicht die erste Porta gern Oh, geil Du kennst doch noch dieses Teil von Mystic, Town Cross ist das glaub ich, ne? Ja, das heißt, du bist auch grad in den Bergen, ne? Nein, das ist natürlich ganz oben auf dem Berg Da ist, dass ich sehe, oh mein Gott, geil Wieso bist du in meiner Nähe oder was? Nö, ja, kann sein, ich bin auch in irgendwelchen Bergen Ach, geil Hä? Das ist zwei tief gewesen Hä? Äh, tschüss, was geht hier ab? Ja, ja Scheiße, ich werde schon noch die... Nein, keine Porta gern Scheiße, keine Porta gern Scheiße, keine Porta gern Ich bin einfach mal zu sehen Egal, ne Ekster Stream hat sich gelohnt Ich weiß nicht, sterbe ich Hmm, na... Oh, no... Oh, no, no... Ich hab ne Ekster Stream, what the fuck Egal, das, drückst du in die Linke, eh, Taste und rechtse Geste, während du ein Baum- Applaus und da kommt alles von mir weiter Ja, ich weiß Boah, gibt's denn die noch ein Teil? Oh Mann Scheiße Hm Nein, Aua 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 Das ist so ein Epic-Biom, was wir gerade haben, ne? Und wir bauen oder was? Ich weiß nicht Das ist so eine Bar-City, so schön mini Das ist so eine Mini-Bar-City und dann mit so riesen episch Ecke Auf jeden Fall ist sie in der Wüste, das ist schon mal gut Ich hab ein Herz Scheiße Ich weiß, was ich dann gefangen habe Scheiße, ich bin jetzt tot, Junge Ich gehe heulen Oh, ich scheiße Jetzt bin ich fix hochgekommen Ich hab' ich hochgebaut an den Seiten Hab' ich's mich auch Und dieser Berg konnte ich noch nicht ahnen, dass er so dünn ist, ey Oh Leute, schaff' ich's Schaff' ich's von hier aus, da runter? Boah, ich bin ja weit tiefgefallen, ey Oh, geil Oh, ne, scheiße, noch ne Dschungel-Biom, alter Na, wo bist du denn? Äh, ich lauf die ganze Zeit nach Süden und Osten Also, so mit Hey, du kannst mit Z, kannst so rein, rauszoomen Hab' ich gerade mitbekommen Boah, hier ist ein fettes Dschungel-Biom, alter Ja Sag mal dein Akkord Plus 480 Ja Plus 1533 3533 Also, bei Z bin ich hier, du bist irgendwie 400 Blöcke hinter mir bei X oder so Ja, jetzt sehe ich die Wüste auch Jetzt sehe ich die Wüste auch Okay, ich warte mal hier Ich fliege, ich gehe gerade so einen Dschungelfluss lang Zwei Wüste Dschungelfluss? Ich war die Flügel-Dschungelfluss Ich bin nur durch den Dschungel Ich war die Kolobe ist Ich bin gleich beim Wüstenbeam 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 Das schon wieder Rätsel 2, oder? Warte Oh ja Einmal Mh So Ab jetzt scheine ich im Wüstenbiom angekommen zu sein ich sehe den Namen aber nicht dann siehst du auch nur 150 Blöcke oder so bist du auch an so einem schwarzen Totem vorbeigekommen? ne ne? da war hier irgendwo gerade eben noch ich bin an 2 jetzt vorbeigelaufen ich bin an 2 jetzt vorbeigelaufen du bist ganz ganz woanders gemacht jetzt sind meine Koordinaten 700 plus 750 und plus 1600 irgendwas da stehe ich komm mal dahin 1400 was ich habe schon 4 Euro Ravatsfriede 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 ich sehe den Namen oh neun Stück da da ist sie hinter dir was hinter dir? ok wohin? hier weiter lang durch die Wüste da vorne kommt gleich Wasser ab in den Süden ja PG ja PG mhm hä? hä? ich glaube auch was jetzt vorne ab schweinerei gell vorne ohne Kiste gell läuft hier da vorhin ist doch noch einer oder? ja hier ist noch einer kiste ach du hast die andere ok was war da drinnen goldafel stahlhelm acht eisen drei kopper schweinern genau also oh ein spinns vorne was hattest du in deiner? da war irgendwie ein bisschen eisen drin und nur 11 10 und bisschen Brot ok ok mhm 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 p p across l mhm 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 verfolgen in 2 verweckt Prozent es gibt die Beobachtung die es gibt die Kuhmung er hat er abbildet die Stam von beiden Laufenskern nicht dafür nein ich habe gewartet weil ich war wegschweißen musste die und ist da er würde ich sagen drohen hier wieder an Karten wir haben es wieder schon wieder mehr vor Ort gefahren das kann er schnell die Zeit umgeht mit der Prämie nicht im Hintergrund ja mache ich auch geöffnet um um die Sankt was das von dieser Folge und sie sehen uns dann nicht mal wenn er kurz anhält äh wieso ich will dir den Baum her ok, große Baum ok, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder tschau